käufe waren bereits zu einem stadtgespräch geworden in der stadt sprach und diskutierte man viel darüber ob es vorteilhaft sei bauern ohne landzwecks übersiedlung zu kaufen unter den ansichten die bei diesen debatten geäußert wurden zeichneten sich viele durch große sachkenntnis aus gewiß sagten manche dagegen lässt sich nicht streiten das land in den südlichen gouvernements ist wirklich gut und fruchtbar wie werden aber die bauern tschitschikows ohne wasser leben können es gibt dort ja keinerlei fluss das ist noch das geringste daß es dort kein wasser gibt das wäre noch nicht so schlimm aber die ansiedlung selbst ist eine unsichere sache man weiß ja wie so ein bauer ist wenn er in eine ganz neue gegend gebracht wird und ackerbau treiben soll aber nichts hat weder haus noch hof so brennt er durch so gewiß wie zweimal zwei vier ist er brennt durch und man findet nicht mal seine spur nein alexei iwanowitsch sie erlauben schon ich bin mit ihrer ansicht daß tschitschikows bauer durchbrennen wird nicht einverstanden der russe ist zu allem fähig und gewöhnt sich an jedes klima wenn sie ihn auch nach kamtschatka schicken und ihm nur ein paar warme handschuhe geben so wird er erst die hände gegeneinander klopfen dann die axt nehmen und sich ein neues haus zimmern du hast aber etwas sehr wichtiges außer acht gelassen iwan grigorjewitsch du hast gar nicht gefragt was für leute die tschitschikowschen bauern sind du hast vergessen daß der gutsbesitzer einen guten bauern nicht verkaufen wird ich setze meinen kopf dafür ein daß tschitschikows bauern lauter diebe säufer und faulenzer von äußerst ausgelassenem betragen sind gewiß dem stimme ich zu daß kein gutsbesitzer gute bauern verkaufen wird und daß tschitschikows bauern säufer sind aber man muss in betracht ziehen daß gerade hierin die moral steckt jetzt sind sie taugenichtse wenn sie aber in eine neue gegend kommen können sie plötzlich zu ausgezeichneten untertanen werden dafür hat es in der welt nicht wenig beispiele gegeben und auch in der weltgeschichte das wird niemals sein sagte der direktor der staatsfabriken glauben sie mir niemals denn die bauern tschitschikows werden zwei mächtige feinde vor sich haben der erste feind ist die nähe der kleinrussischen gouvernements wo bekanntlich freier brandweinverkauf besteht ich versichere sie in zwei wochen werden sie dem suff erliegen der andere feind ist aber der hang zum vagabundenleben den die bauern während der übersiedlung erwerben tschitschikow müßte sie immer beaufsichtigen sehr streng halten und für jede bagatelle bestrafen und zwar dürfte er sich dabei nicht auf einen anderen verlassen sondern alles selbst tun und persönlich die ohrfeigen und genickstöße austeilen warum soll sich denn tschitschikow selbst damit abgeben und die genickstöße austeilen er kann sicher auch einen verwalter nehmen ja finden sie ihm einen verwalter die sind alle spitzbuben sie sind spitzbuben weil sich die herren selbst nicht um die sache kümmern das stimmt bestätigten viele wenn der herr auch nur etwas von der wirtschaft versteht und einige menschenkenntnis hat so findet er immer einen guten verwalter der direktor der staatsfabriken sagte aber daß man für weniger als 5000 rubel keinen guten verwalter finden könne doch der kammervorsitzende meinte daß man auch schon für 3000 einen haben könne aber der direktor der staatsfabriken fragte wo finden sie einen solchen höchstens in ihrer nase nein nicht in der nase sondern im hiesigen landkreise es ist ein gewisser pyotr petrowitsch samahilow er ist gerade der richtige verwalter wie ihn die bauern tschitschikows brauchen viele versetzten sich mit großer teilnahme in tschitschikows lage und hatten große angst vor der übersiedlung einer solchen menge von bauern sie fürchteten sogar daß unter so unruhigen elementen wie es die bauern tschitschikows seien leicht ein aufruhr ausbrechen könnte darauf wandte der polizeimeister ein daß man einen aufruhr nicht zu befürchten brauche da zur verhinderung solcher vorkommnisse die macht der polizeihauptleute bestehe der polizeihauptmann brauche nicht mal persönlich hinzufahren es genüge schon wenn er seine mütze hinschicke die mütze allein sei schon imstande die bauern ohne irgendwelche schwierigkeiten nach dem orte ihrer ansiedlung zu bringen viele machten ihre vorschläge wie der aufrührerische geist der tschitschikowschen bauern auszurotten sei diese vorschläge waren sehr verschiedener art es waren solche darunter die eine beinahe übermäßige militärische grausamkeit und härte atmeten andere dagegen zeugten von großer milde der postmeister meinte daß tschitschikows eine heilige aufgabe vor sich habe daß er gewissermaßen der vater seiner bauern werden und unter ihnen sogar die segensreiche aufklärung verbreiten könne bei dieser gelegenheit äußerte er sich sehr lobend über die lancestersche methode des wechselseitigen unterrichts so sprach und diskutierte man in der stadt und viele teilten tschitschikow von aufrichtiger teilnahme bewegt ihre vorschläge mit und empfahlen ihm sogar die bauern der größeren sicherheit wegen an ihren neuen wohnsitz durch eine militäreskorte begleiten zu lassen tschitschikow dankte für die ratschläge versprach diese bei gelegenheit in betracht zu ziehen verzichtete aber sehr entschieden auf die eskorte in dem er sagte dass diese absolut unnötig sei da die von ihm gekauften bauern sich durch einen außerordentlich friedlichen charakter auszeichneten und selbst eine große neigung für die übersiedlung hätten so dass ein aufruhr unter ihnen völlig ausgeschlossen sei alle diese debatten und erörterungen hatten übrigens für tschitschikow die denkbar besten folgen es kam nämlich das gerücht auf dass er nicht mehr und nicht weniger als ein millionär sei die stadtbewohner hatten wie wir es schon im ersten kapitel sahen tschitschikow auch ohnehin herzlich liebgewonnen um die wahrheit zu sagen waren sie lauter gutmütige menschen lebten in eintracht behandelten einander auf die freundschaftlichste weise und ihre gespräche trugen immer den stempel einer ganz besonderen treuherzigkeit und intimität liebster freund ilja iljitsch hör mal bruder antipater zacharjewitsch du übertreibst mamachen iwan grigorjewitsch dem postmeister welcher iwan andrejewitsch hieß sagte man immer sprechen sie deutsch iwan andrejitsch mit einem worte alles ging höchst familiär zu viele waren nicht ohne bildung der kammerpräsident kannte die ludmila von schukowski die damals noch eine ganz frische novität war auswendig und rezitierte aus ihr meisterhaft viele stellen besonders gut gelangen ihm der wald schläft ein die täler ruhen im schlummer und das wort horch so daß man tatsächlich die täler schlafen sah um die illusion zu vergrößern schloß er sogar die augen der postmeister neigte mir der philosophie zu und las höchst fleißig selbst bei nacht die nächte von young und den schlüssel zu den geheimnissen der natur von eckardshausen aus dem letzteren werke machte er sogar längere exzerpte welcher art diese aber waren wußte niemand im übrigen war er sehr witzig gebrauchte gerne erlesene ausdrücke und liebte es wie er sich selbst ausdrückte seine rede zu würzen er würzte seine rede mit einer menge von partikeln und wendungen wie verehrtester herr wissen sie verstehen sie denken sie sich nur beziehungsweise gewissermaßen und ähnlichen die er mit vollen händen ausstreute er würzte seine rede ferner recht geschickt durch blinzeln und zwinkern mit dem einen auge was vielen seiner satirischen andeutungen einen recht bissigen ausdruck verlieh auch die anderen waren mehr oder weniger aufgeklärte menschen der eine las karamsin der andere die moskauer nachrichten und ein dritter las überhaupt nichts der eine war was man eine schlafmütze nennt das heißt ein mensch den man nur durch einen fußtritt in bewegung setzen konnte ein anderer war einfach ein siebenschläfer der sein ganzes leben verschlief und den zu wecken es sich überhaupt nicht lohnte er würde sowieso nicht aufstehen was das äußere betrifft so machten alle wie schon bekannt einen durchaus zuverlässigen eindruck schwindsüchtige gab es unter ihnen nicht es waren lauter männer denen die gattinnen bei zärtlichen gesprächen unter vier augen folgende kosenamen zu geben pflegten fässchen dickerchen bäuchlein und so weiter doch im allgemeinen waren es liebe gastfreundliche menschen und einer der mit ihnen zu mittag gegessen oder einen abend lang whist gespielt hatte wurde von ihnen sofort ins herz geschlossen dies war ganz besonders bei tschitschikow der fall der über bezaubernde eigenschaften und manieren verfügte und das große geheimnis den menschen zu gefallen wirklich kannte sie hatten ihn so sehr liebgewonnen daß er gar keine möglichkeit sah aus der stadt herauszukommen er hörte nichts als nun noch eine woche nur eine einzige woche bleiben sie hier bei uns pavil mit einem worte man trug ihn förmlich auf den händen doch unvergleichlich bemerkenswerter war der eindruck den tschitschikow auf die damen machte dieser war direkt erstaunlich um diese erscheinung einigermaßen verständlich zu machen müsste man eigentlich vieles über die damen selbst und über ihre gesellschaft sagen und ihre seelischen eigenschaften sozusagen mit lebendigen farben schildern aber dem autor fällt dieses sehr schwer einerseits gebietet ihm hier die unbeschränkte achtung vor den gattinnen der hohen beamten halt und andererseits andererseits ist es einfach schwer die damen der stadt n waren nein ich bringe es nicht fertig ich empfinde wirklich eine scheu an den damen der stadt n war am bemerkenswertesten es ist sogar sonderbar ich kann nicht mal die feder heben wie wenn sie mit blei gefüllt wäre also gut ich muss es einem dessen farben lebendiger sind und der ihrer mehr auf seiner palette hat überlassen sich über ihren charakter zu äußern wir beschränken uns aber nur auf zwei drei worte über ihr äußeres und einige der oberflächlichen züge die damen der stadt n waren das was man präsentabel nennt und in dieser beziehung könnte man sie allen anderen als ein vorbild hinstellen was den guten ton die etikette die menge der feinsten anstandsregeln besonders aber die beobachtung der mode in ihren letzten einzelheiten betrifft so hatten sie in dieser beziehung selbst die petersburger und die moskauer damen überflügelt sie kleideten sich mit großem geschmack fuhren durch die stadt in den schönsten ekipagen wie es die neueste mode vorschrieb mit goldbetressten lakaien hinten auf dem trittbrett eine visitenkarte galt selbst wenn sie auf einer treff zwei oder einem karo ass gedruckt war als ein heiliger gegenstand wegen eines solchen gegenstandes entzweiten sich sogar einmal zwei damen die vorher große freundinnen gewesen und sogar miteinander verwandt waren weil eine von ihnen einen gegenbesuch mankiert hatte wie sehr sich ihre männer und verwandten nachher auch bemühten sie wieder zu versöhnen es gelang ihnen nicht es zeigte sich dass alles auf der welt zu erreichen ist nur das eine nicht zwei damen zu versöhnen die sich wegen eines mankierten gegenbesuches entzweit haben so verblieben denn diese beiden damen in gegenseitiger abneigung wie man es in der guten gesellschaft der stadt nannte streitigkeiten wegen des vorranges führten gleichfalls zu einer menge sehr heftiger auftritte die den männern zuweilen durchaus großmütige begriffe von ihrem ritteramt einflößten zu duellen kam es natürlich nicht weil sie doch alle zivilbeamte waren dafür suchten sie einander bei jeder gelegenheit ein bein zu stellen was bekanntlich zuweilen viel unangenehmer ist als jedes duell in ihren sitten waren die damen der stadt n sehr streng von einer edlen entrüstung gegen alles lasterhafte und ärgerniserregende erfüllt und bestraften jede schwäche ohne nachsicht und wenn unter ihnen auch manches passierte so passierte es immer im geheimen so daß niemand etwas davon merkte die ganze würde blieb gewahrt und der gatte selbst war dermaßen vorbereitet daß er wenn er manches sah oder davon hörte mit dem kurzen und vernünftigen sprichworte antwortete wen geht es was an daß die gevatterin neben dem gevatter saß es muß noch erwähnt werden daß die damen der stadt n sich gleich vielen petersburger damen durch eine große vorsicht und feinen takt in der wahl der ausdrücke auszeichneten niemals sagten sie ich habe mich geschneuzt ich habe geschwitzt ich habe ausgespuckt sie sagten stattdessen ich habe mir die nase erleichtert ich habe vom taschentuch gebrauch gemacht unter keinen umständen durfte man sagen dieses glas oder dieser teller stinkt man durfte sogar nichts sagen was einer anspielung darauf gleich käme man sagte stattdessen dieses glas benimmt sich nicht gut oder etwas ähnliches um die russische sprache noch mehr zu veredeln hatten sie fast die hälfte aller worte gestrichen und mußten daher sehr oft zu französischen greifen wenn man aber schon französisch sprach so war es eine ganz andere sache dann durfte man weit härtere worte gebrauchen als die oben erwähnten das ist alles was von den damen der stadt n wenn man sich auf das oberflächliche beschränkt zu sagen ist wollte man aber tiefer hinein blicken so würden noch manche andere dinge zum vorschein kommen doch es ist sehr gefährlich in damenherzen tief hinein zu blicken wir beschränken uns daher auf das oberflächliche und fahren fort die damen hatten bisher sehr wenig von tschitschikow gesprochen im übrigen aber seinen angenehmen umgangsformen volle gerechtigkeit gezollt als aber das gerücht von seinem millionen reichtum aufkam fanden sie an ihm auch noch andere vorzüge die damen waren übrigens an seinem reichtum in keiner weise interessiert das wort millionär nicht der millionär als solcher sondern nur das bloße wort war an allem schuld denn schon im bloßen klange dieses wortes ist ganz abgesehen von der vorstellung des geldsackes etwas enthalten was in gleicher weise auf die gemeinen menschen auf solche die weder fleisch noch fisch sind und auf die guten mit einem worte auf alle menschen wirkt der millionär hat den vorteil dass er die vollkommen uneigennützige gemeinheit die reine gemeinheit die auf keinerlei eigennützigen motiven beruht zu sehen bekommt viele wissen sehr gut dass sie von ihm nichts bekommen werden und auch gar keinen anspruch darauf haben von ihm etwas zu bekommen und doch müssen sie unbedingt vor ihm herlaufen ihm wenigstens zulächeln wenigstens den hut vor ihm ziehen wenigstens sich als gast zu einem mittagessen aufdrängen zu dem der millionär eingeladen ist man kann nicht behaupten daß diese zarte neigung zur gemeinheit auch von den damen empfunden worden wäre doch man äußerte in vielen salons dass tschitschikow wenn auch nicht gerade der schönste mann auf dem erdenrund dafür aber gerade so beschaffen sei wie ein mann beschaffen sein solle dass es schon nicht mehr gut wäre wenn er ein wenig dicker oder voller wäre bei dieser gelegenheit wurde sogar eine recht verletzende bemerkung über die dünnen männer gemacht diese seien mehr zahnstocher als männer an den damentoiletten zeigten sich allerlei veränderungen im städtischen kaufhause herrschte auf einmal großes gedränge es entstand sogar eine art korso so viele equipagen sammelten sich da an die kaufleute waren erstaunt als sie sahen daß einige stoffe die sie von der messe mitgebracht hatten und die infolge des als zu hoch angesehenen preises unverkauft geblieben waren plötzlich viel verlangt wurden und im nu ausverkauft waren während des gottesdienstes bemerkte man bei einer der damen unten am kleide einen so üppigen besatz dass der rock die halbe kirche füllte und der zufällig in der nähe anwesende polizeikommissar das volk zum portal zurückdrängen lassen musste damit die toilette ihrer hochwohlgeboren nicht zerdrückt werde sogar tschitschikow selbst musste schließlich diese ihm entgegengebrachte ungewöhnliche aufmerksamkeit wahrnehmen als er einmal nach hause zurückkehrte fand er auf seinem tische einen brief vor von wem der brief stammte und wer ihn gebracht hatte ließ sich nicht feststellen der gasthofdiener meldete nur jemand habe den brief gebracht ihm aber verboten zu sagen von wem der brief sei der brief fing in einem sehr entschiedenen tone an und zwar nein ich muß dir schreiben dann war die rede davon dass es eine geheime sympathie zwischen den seelen gäbe diese wahrheit war durch mehrere punkte bekräftigt die beinahe eine halbe zeile füllten weiter folgten einige so treffende gedanken dass wir es beinahe für notwendig halten sie hier zu zitieren was ist unser leben ein tal in dem die leiden wohnen was ist die welt ein haufen von menschen die nichts fühlen die schreiberin berichtete ferner dass sie die zeilen ihrer zärtlichen mutter die schon vor fünfundzwanzig jahren gestorben sei mit ihren tränen benetze tschitschikow wurde aufgefordert in die wüste zu ziehen und die stadt wo die menschen in ihren dumpfen mauern keine luft atmen für immer zu verlassen das ende des briefes drückte sogar absolute verzweiflung aus er schloß mit den versen zwei turteltauben zeigen dir meiner asche haus und girren in den zweigen sie starb und weinte sich die augen aus in der letzten zeile stimmte zwar das versmaß nicht allein das machte nichts der brief war ganz im geiste der damaligen zeit geschrieben es fehlte jede unterschrift weder name noch vorname noch das datum waren angegeben im postscriptum hieß es nur dass das eigene herz des adressaten die schreiberin erraten müsse und dass auf dem morgen stattfindenden ball beim gouverneur das original selbst anwesend sein werde das interessierte ihn außerordentlich in der anonymität lag so viel verlockendes und die neugierde reizendes dass er den brief noch ein zweites und ein drittes mal las und schließlich sagte es wäre doch recht interessant zu erfahren wer ihn geschrieben hat mit einem wort die sache schien eine ernste wendung nehmen zu wollen länger als eine stunde dachte er darüber nach dann spreizte er die arme neigte den kopf und sagte der brief ist doch sehr kunstvoll geschrieben zuletzt faltete er den brief selbstverständlich zusammen und legte ihn in die schatulle neben einen theaterzettel und eine familienanzeige die seit sieben jahren an der gleichen stelle lag etwas später brachte man ihm tatsächlich eine einladung zum ball beim gouverneur solche bälle sind in den gouvernementsstädten durchaus gewöhnlich denn ohne einen ball kann der gouverneur gar nicht auf die liebe und den respekt des adels rechnen alles nicht zur sache gehörige wurde sofort zur seite geschoben und alle seine sinne richteten sich auf die vorbereitungen zum ball denn er hatte in der tat viele anspornende gründe dafür dafür ist aber wohl seit der erschaffung der welt noch nie so viel zeit auf die toilette verwendet worden eine ganze stunde war nur dem betrachten des gesichts im spiegel gewidmet er versuchte ihm eine ganze menge der verschiedensten ausdrücke zu verleihen bald einen würdigen und soliden bald einen respektvollen mit einem gewissen lächeln bald einen einfach respektvollen ohne lächeln er machte gegen den spiegel mehrere verbeugungen die er mit einigen unartikulierten lauten begleitete die wie französisch klangen obwohl tschitschikow kein wort französisch verstand er bereitete sich selbst eine menge angenehmster überraschungen indem er sich mit den augenbrauen und mit den lippen zuzwinkerte und sogar einige bewegungen mit der zunge machte was macht der mensch nicht alles wenn er allein ist sich seiner schönheit bewusst und obendrein auch überzeugt ist dass niemand durch eine türspalte hereinguckt zuletzt streichelte er sich leicht das kinn und sagte ach du nettes kerlchen hierauf begann er sich anzukleiden während des ganzen ankleideprozesses befand er sich in der zufriedensten stimmung als er die hosenträger anknöpfte und sich die krawatte umband machte er kratzfüße und verbeugungen obwohl er nie im leben getanzt hatte machte er dennoch einen luftsprung dieser luftsprung hatte auch einige kleine harmlose folgen die kommode erzitterte und die bürste fiel vom tisch sein erscheinen auf dem ball erregte ein ungewöhnliches aufsehen das ganze publikum wandte sich ihm zu der eine mit karten in der hand der andere im interessantesten punkte eines gespräches nachdem er gerade gesagt hatte und die niedere instanz des kreisgerichts antwortete darauf was aber das kreisgericht antwortete das verschwieg er und eilte unserem helden entgegen um ihn zu begrüßen pavel ivanowitsch ach mein gott pavel ivanowitsch liebster pavel ivanowitsch verehrtester pavel ivanowitsch mein herz pavel ivanowitsch da sind sie also pavel ivanowitsch da ist er unser pavel ivanowitsch lassen sie sich ans herz drücken pavel ivanowitsch laßt ihn mal mir ich will ihn recht fest umarmen und küssen meinen teuren pavel ivanowitsch tschitschikow fühlte sich zugleich von mehreren menschen umarmt er hatte sich noch nicht ganz aus der umarmung des kammervorsitzenden befreit als er schon in den armen des polizeimeisters lag der polizeimeister übergab ihn dem inspektor der medizinalverwaltung der inspektor der medizinalverwaltung dem brandweinpächter der brandweinpächter dem stadtarchitekten als der gouverneur der gerade in gesellschaft einiger damen stand und in der einen hand eine bonbonhülle und in der anderen ein bologneser hündchen hielt ihn erblickte ließ er sofort wie die bonbonhülle so auch das bologneser hündchen zu boden fallen das hündchen winselte nur mit einem worte tschitschikow verbreitete eine ungewöhnliche freude und heiterkeit da gab es kein einziges gesicht das nicht das größte vergnügen zeigte oder wenigstens das allgemeine vergnügen widerspiegelte das kann man an den gesichtern von beamten beobachten wenn ein hoher vorgesetzter zur revision ins amt gekommen ist nachdem der erste schreck vorüber ist sehen sie dass ihm manches gefallen hat und dass er sogar zu scherzen das heißt mit einem angenehmen lächeln einige worte zu sagen geruht dann lachen die sich um ihn drängenden beamten doppelt so laut außerordentlich herzlich lachen diejenigen die die von ihm gesprochenen worte nur schlecht gehört haben und selbst der ganz weit an der türe stehende polizist der in seinem leben noch nie gelacht und der kurz vorher dem volke mit der faust gedroht hat auch dieser zeigt nach den unveränderlichen gesetzen der reflexion etwas wie ein lächeln obwohl dieses lächeln mehr dem ausdruck gleicht den man nach einer starken prise schnupftabak unmittelbar vor dem schnupfen annimmt unser held beantwortete jede liebenswürdigkeit und fühlte sich ungewöhnlich leicht beschwingt er verbeugte sich nach rechts und nach links zwar etwas schief wie es seine gewohnheit war doch vollkommen ungezwungen so dass alle bezaubert waren die damen umringten ihn sofort als glänzende girlande die ganze wolken von wohlgerüchen jeder art ausströmte die eine atmete rosenduft die andere roch nach frühling und feilchen die dritte war stark mit reseden parfümiert tschitschikow hob nur die nase in die höhe und schnüffelte die toiletten zeigten ein wahres meer von geschmack die muslin atlas und gage stoffe waren von den modernen blassen tönen für die es so gar keinen namen gibt so raffiniert war der geschmack die bänder und blumensträuße umschwebten die kleider in der malerischsten unordnung obwohl diese unordnung von manchem tüchtigen kopf reiflich durchdacht war ein leichter kopfschmuck war nur an den ohren befestigt und schien sagen zu wollen passt auf gleich fliege ich davon schade nur daß ich die schöne nicht mitnehmen kann die taillen waren stramm umspannt und zeigten feste und für die augen angenehme formen es ist zu bemerken dass alle damen der stadt n im allgemeinen etwas voll waren sich aber so kunstvoll zu schnüren verstanden und so angenehme manieren hatten dass man diese fülle gar nicht sah alles war bei ihnen mit ungewöhnlichem scharfsinn durchdacht und vorgesehen der hals und die schultern waren gerade so tief entblößt als es nötig war und auch nicht um ein haar tiefer eine jede zeigte ihre besitzungen gerade so weit als diese nach ihrer eigenen überzeugung imstande waren einen menschen zugrunde zu richten alles übrige war mit ungewöhnlichem geschmack versteckt bald umschlang ein leichtes bändchen leichter als das gebäck das unter dem namen bese bekannt ist ätherisch den hals bald ragten an den schultern aus dem kleide kleine gezackte hüllen aus feinstem batist hervor die man sitzsamkeiten nennt diese sitzsamkeiten verhüllten vorne und hinten alles was den menschen nicht mehr zugrunde richten konnte erregten aber zugleich die meinung dass gerade unter ihnen das verderben stecke die langen handschuhe waren nicht bis zu den ärmeln hinaufgezogen sondern ließen mit absicht die leidenschaft erregenden teile der arme oberhalb des ellbogens die bei vielen eine beneidenswerte fülle atmeten entblößt bei manchen waren die glacé handschuhe bei den versuchen sie höher hinaufzuziehen sogar geplatzt mit einem worte alles schien die etikette zu tragen nein das ist keine gouvernementsstadt das ist die residenz das ist paris nur hier und da guckte irgendeine noch nie dagewesene haube hervor oder eine feder vielleicht sogar eine pfauen feder die im widerspruch zu jeder mode nur dem eigenen geschmack der trägerin entsprach ohne das geht es aber nicht ab das ist schon einmal die eigenschaft der gouvernementsstadt irgendwie muss sie sich immer blamieren während tschitschikow die damen betrachtete dachte er welche mag wohl die schreiberin des briefes sein er versuchte sogar seine nase hervor zu strecken doch diese geriet sofort in einen strudel von ellenbogen aufschlägen ärmeln schleifenenden duftigen chemisetten und kleidern die galopade fegte wie toll dahin die postmeisterin der polizeihauptmann eine dame mit einer blauen feder eine dame mit einer weißen feder der georgische fürst tschiprei chilicew ein beamter aus petersburg ein beamter aus moskau der franzose kuku ein herr perchunowski ein herr bärenkendowski alles erhob sich und raste dahin so nun ist die gouvernementsstadt los sagte tschitschikow zurückweichend sobald die damen auf ihren plätzen saßen begann er wieder auszuschauen ob es sich nicht an dem ausdruck eines gesichts oder eines augenpaares erkennen ließe wer die briefschreiberin war aber weder der gesichtsausdruck noch der ausdruck der augen verrieten die briefschreiberin an allen sah er etwas unfassbar feines etwas furchtbar raffiniertes nein sagte tschitschikow zu sich selbst die frauen sind so eine sache hier winkte er mit der hand und fuhr fort darüber ist überhaupt nichts zu sagen versuch nur einer mit worten alles was über ihr gesicht läuft alle diese ausstrahlungen und andeutungen wiederzugeben nein das lässt sich gar nicht wiedergeben die augen allein sind schon ein so grenzenloses reich dass ein mensch der hineingerät unrettbar verloren ist dann kann man ihn weder mit einem haken noch mit einem anderen werkzeug herausziehen versuch nur einer ihren glanz allein zu beschreiben er ist feucht samtweich zuckersüß gott allein weiß was er nicht alles ist hart und weich sogar schmachtend oder wie es manche nennen trunken vor wonne und auch ohne wonne das gefährlichste aber ist wenn er wonne trunken ist dann dringt er einem tief ins herz hinein oder fährt über die seele wie ein fiedelbogen nein man findet einfach kein wort dafür es ist eben die galanteriebranche des menschengeschlechts und sonst nichts pardon dem munde unseres helden ist glaube ich ein auf der straße aufgefangener ausdruck entschlüpft was ist zu machen so ist einmal die lage des schriftstellers in russland übrigens wenn ein wort aus der straße ins buch geraten ist so ist es nicht die schuld des schriftstellers sondern die der leser und vor allem der leser aus den höheren gesellschaftsschichten von ihnen bekommt man nie ein anständiges russisches wort zu hören französische deutsche und englische worte setzen sie einem wohl in solcher menge vor dass man kaum zuhören mag sie gebrauchen sie sogar unter beibehaltung der verschiedenen aussprachen sprechen sie französisch dann unbedingt mit dem französischen r und durch die nase das englische reden sie wie ein vogel und nehmen sogar den gesichtsausdruck eines vogels an sie lachen einen sogar aus der dieses vogelgesicht nicht nachmachen kann ein russisches wort setzen sie aber einem niemals vor höchstens dass sie aus patriotismus bei sich auf dem lande einen bau in russischem stil aufführen so sind also die leser aus den höheren schichten und auch alle die sich selbst zu den höheren schichten rechnen und dabei kommen sie noch mit ansprüchen sie verlangen dass alles in einer korrekten gereinigten und edlen sprache abgefasst sei mit einem worte sie verlangen dass die russische sprache fertig verfeinert ganz von selbst aus den wolken falle und sich ihnen gerade auf die zunge setze so dass sie nur den mund zu öffnen und die zunge herauszustrecken brauchen die weibliche hälfte des menschengeschlechts ist allerdings recht diffizil doch die geehrten leser sind zuweilen offengestanden noch diffiziler tschitschikow war indessen ganz ratlos welche von den damen wohl die briefschreiberin gewesen sei als er gespannter hinzublicken versuchte sah er dass auch die damengesichter etwas ausdrückten was zugleich hoffnungen und süße qualen in den herzen der armen sterblichen weckte und schließlich sagte er sich nein man kann es unmöglich erraten dies tat jedoch der frohen gemüts verfassung in der er sich befand keinen abbruch er wechselte ungezwungen und sehr gewand einige angenehme worte mit einigen der damen und trippelte bald auf die eine bald auf die andere mit kleinen schrittchen zu wie es gewöhnlich die kleinen galanten greise auf hohen absätzen zu tun pflegen die sehr geschickt um die damen herumscharwenzeln nachdem er sich so mit kleinen schrittchen recht geschickt nach rechts und nach links bewegt hatte scharrte er mit dem fuße und beschrieb dabei einen kurzen schnörkel oder eine art komma die damen waren überaus zufrieden und fanden an ihm nicht nur eine menge angenehmer und liebenswürdiger eigenschaften sondern auch einen majestätischen gesichtsausdruck sogar etwas martialisches und kriegerisches was bekanntlich den damen gut gefällt seinetwegen entstanden sogar kleine streitigkeiten da sie merkten dass er gewöhnlich vor der türe stand suchten manche die plätze in der nähe der türe zu besetzen als es der einen gelang den anderen zuvor zu kommen kam es beinahe zu einem unangenehmen auftritt und diese frechheit erschien vielen die eigentlich das gleiche tun wollten allzu stark ende von abschnitt 15 gelesen von eva k tschitschikow war so sehr von den gesprächen mit den damen hingerissen oder wurde vielmehr von den damen die einen ganzen haufen komplizierter und raffinierter allegorischer andeutungen die er sämtlich zu erraten hatte nur so aus dem ärmel schüttelten so dass ihm sogar der schweiß auf die stirne trat beschäftigt dass er die erste anstandspflicht vernachlässigte und es unterließ sich zuerst der dame des hauses zu widmen dieses fiel ihm erst dann ein als er die stimme der gouverneurin selbst hörte die schon seit einigen minuten vor ihm stand die gouverneurin sprach mit freundlicher und schelmischer stimme mit anmutigem kopfnicken so sind sie also pawel ivanovich ich kann die worte der gouverneurin nicht genau wiedergeben sie sagte aber etwas was von großer freundlichkeit erfüllt war und zwar in dem stile in dem die damen und die kavaliere in den erzählungen unserer salonschriftsteller die es lieben die höhere welt zu schildern und mit der kenntnis des höheren tones zu prahlen zu sprechen pflegen also etwa hat man sich denn ihres herzens schon so gänzlich bemächtigt daß darin kein plätzchen für die von ihnen so erbarmungslos vergessenen übrig geblieben ist unser held wandte sich augenblicklich zu der gouverneurin und war schon bereit ihr eine antwort zu geben die in keiner weise schlechter gewesen wäre als die antworten die in den modischen erzählungen alle die swonskis linskis lidins grämins und die glänzenden offiziere zu geben pflegen als er unwillkürlich die augen hob und sich plötzlich wie von einem schlage betäubt fühlte vor ihm stand nicht die gouverneurin allein sie hielt ein sechzehnjähriges junges mädchen an der hand eine frische blondine mit feinen und anmutigen gesichtszügen mit etwas spitzem kinn und einem wunderbar gerundeten oval des gesichts das ein künstler wohl zu einem modell für eine madonna gewählt hätte und wie man es in rußland nur selten trifft wo alles gerne in die breite geht berge wälder steppen gesichter lippen und füße dieselbe blondine der er unterwegs begegnet war als er von nostriow fuhr als infolge der dummheit der kutscher oder der pferde ihre ekipagen so merkwürdig zusammenstießen das geschirr durcheinander geriet und onkel mitjai und onkel minjai die sache zu entwirren versuchten tschitschikow wurde so verlegen daß er kein vernünftiges wort zu sagen wußte und weiß der teufel was stammelte was ein grämin ein swonski oder ein lidin keineswegs gesagt hätten kennen sie meine tochter noch nicht sagte die gouverneurin sie kommt soeben aus dem institut er antwortete dass er bereits das vergnügen gehabt hätte sie zufälligerweise kennenzulernen er versuchte noch etwas hinzuzufügen aber das etwas misslang ihm völlig die gouverneurin sagte noch einige worte und begab sich mit ihrer tochter ans andere ende des saales zu den anderen gästen tschitschikow stand aber noch immer unbeweglich auf dem gleichen fleck wie ein mensch der in froher laune auf die straße getreten ist um einen kleinen spaziergang zu machen mit augen die bereit sind alles aufzunehmen und der plötzlich stehen geblieben ist weil er sich erinnert hat dass er etwas vergessen hat es gibt keinen dümmeren anblick als den den der mensch in diesem zustande bietet der sorgenlose ausdruck hat sich sofort von seinem gesichte verflüchtigt er bemüht sich darauf zu kommen was er eigentlich vergessen hat das taschentuch doch das taschentuch ist in der tasche das geld auch das geld ist in der tasche er scheint alles bei sich zu haben und doch raunt ihm ein unbekannter geist zu dass er etwas vergessen habe er blickt ratlos und geistesabwesend auf die an ihm vorüberwogende menge auf die vorübersausenden ekipagen auf die helme und gewehre eines vorbeimarschierenden regiments auf ein aushängeschild und sieht eigentlich nichts so stand auch tschitschikow auf einmal allem was um ihn her geschah fremd gegenüber indessen richteten an ihn duftende damenlippen eine menge von anspielungen und fragen die von feinheit und liebenswürdigkeit durch und durch erfüllt waren ist es uns armen erdbewohnerinnen gestattet uns zu erkühnen sie zu fragen woran sie denken wo liegen die seligen gegenden wo ihre gedanken flattern darf man den namen derjenigen erfahren die sie in dieses süße tal der versunkenheit versetzt hat er aber schenkte allen diesen fragen nicht die geringste beachtung und die angenehmen phrasen verflogen wie rauch er war sogar so unliebenswürdig dass er alle die damen verließ und sich in eine andere gegend des saales begab um festzustellen wohin die gouverneurin mit ihrer tochter gegangen war die damen wollten ihn aber wohl nicht so leicht loslassen eine jede fasste innerlich den entschluss alle mittel anzuwenden die unseren herzen so gefährlich sind und alles schönste was sie nur hatte als waffe zu gebrauchen es ist zu erwähnen dass einige damen ich sage einige also durchaus nicht alle eine kleine schwäche haben wenn sie an sich etwas schönes wissen sei es die stirne der mund oder die hände so sind sie überzeugt dass dieser schönere teil allen sofort in die augen fallen muss und dass alle wie aus einem munde sagen werden schaut nur schaut nur was sie für eine schöne griechische nase hat oder welch eine herrliche regelmäßige stirn eine die schöne schultern hat ist im voraus überzeugt dass alle jungen leute hingerissen sind und so oft sie an ihnen vorbeigeht wiederholen werden ach was sie für herrliche schultern hat ihr gesicht die haare die nase die stirne werden sie aber gar nicht anschauen und wenn sie sie auch anschauen so doch nur als etwas ganz nebensächliches so denken manche damen jede dame gab sich innerlich das gelübde beim tanze möglichst bezaubernd zu erscheinen und im größten glanze alle die vorzüge zu zeigen die sie überhaupt hatte die postmeisterin neigte beim walzer ihren kopf so schmachtend auf die seite dass der eindruck wirklich überirdisch war eine sehr liebenswürdige dame welche als sie vom hause aufbrach gar nicht die absicht hatte zu tanzen infolge einer wie sie sich selbst ausdrückte kleinen inkommodität am rechten fuße in gestalt eines kleinen hühnerauges was sie sogar veranlaßte hausschuhe aus plüsch anzuziehen hielt es dennoch nicht aus und tanzte einige runden in den hausschuhen nur damit sich die postmeisterin nicht allzu viel einbildete das alles verfehlte aber bei tschitschikow die beabsichtigte wirkung er sah sogar die tanzenden damen gar nicht an sondern reckte sich nur immer auf den zehenspitzen um über die köpfe hinweg auszuspähen wohin die interessante blondine wohl verschwunden sein möge er hockte sich auch hin und blickte zwischen den schultern und rücken hindurch bis er sie endlich fand sie saß neben ihrer mutter die einen majestätischen orientalischen turban mit schwankender feder trug es hatte den anschein als wollte er sie im sturm nehmen war das die wirkung des frühlings oder stieß ihn jemand von hinten jedenfalls drängte er sich koste es was es wolle vor der brandweinpächter bekam von ihm einen so starken stoß dass er wankte und sich nur mit mühe auf einem beine festhielt sonst hätte er wohl die ganze reihe umgeschmissen der postmeister taumelte zurück und blickte ihn mit verwunderung an zu der sich auch eine feine ironie gesellte tschitschikow sah sie aber gar nicht an er sah nur in der ferne die blondine die gerade einen langen handschuh anzog und zweifellos vor verlangen brannte über das parkett zu fliegen etwas abseits tanzten aber schon vier paare eine mazurka die absätze durchlöcherten fast den boden und ein stabshauptmann von der linie arbeitete mit leib und seele mit armen und beinen und vollführte solche paas wie sie wohl noch kein mensch selbst im traume vollführt hat tschitschikow huschte an der mazurka vorbei glitt beinahe über die absätze hinweg und flog geradezu an den platz wo die gouverneurin mit ihrer tochter saß er trat jedoch sehr scheu an sie heran bewegte nicht mehr so flink und elegant die füße schien sogar etwas ratlos und alle seine bewegungen zeugten von einer gewissen verlegenheit es lässt sich nicht mit bestimmtheit sagen ob in unserem helden wirklich die liebe erwacht war es ist sogar sehr zweifelhaft ob die herren von seinem schlag als solche die nicht gerade dick aber auch nicht gerade dünn sind überhaupt der liebe fähig sind und doch steckte in alledem etwas seltsames etwas von dieser art was er sich selbst nicht erklären konnte es kam ihm so vor wie er es nachträglich selbst eingestand als wäre der ganze ball mit seinem ganzen gerede und lärm für einige minuten in die ferne zurückgetreten die geigen und die trompeten tönten irgendwo hinter den bergen und alles war in einen nebel gehüllt der an eine nachlässig hingeschmierte partie eines bildes erinnerte und aus diesem nachlässig auf die leinwand hingeworfenen nebel traten nur die feinen züge der bezaubernden blondine klar und deutlich hervor ihr rundliches gesichtsoorval ihre feine schmale taille wie sie nur ein junges mädchen in den ersten monaten nach dem austritt aus dem institut hat ihr weißes beinahe einfaches kleidchen das leicht und fließend ihre jungen schlanken glieder umspannte welche wunderbar reine linien zeigten sie schien ganz einem mit fester hand aus elfenbein geschnitzten spielzeuge zu gleichen sie allein leuchtete weiß durchsichtig und hell aus der trüben und undurchsichtigen masse hervor offenbar ist es auf dieser welt immer so offenbar werden auch die tschitschikows für einige minuten in ihrem leben zu dichtern aber das wort dichter wäre doch schon etwas zu viel jedenfalls fühlte er sich wie ein junger mann beinahe wie ein husar als er neben dem jungen mädchen und ihrer mutter einen freien stuhl bemerkte nahm er ihn sofort ein das gespräch wollte anfangs nicht recht in fluss kommen aber nach einiger zeit ging die sache besser er fühlte sogar einigen mut aber hier müssen wir zu unserem größten leidwesen bemerken daß die soliden männer und solche die wichtige ämter bekleiden in gesprächen mit damen meist etwas schwerfällig sind meister in dieser beziehung sind die herren leutnants doch nur solange sie nicht zu hauptleuten befördert worden sind wie sie das anstellen das weiß gott allein es ist doch wahrhaftig nichts besonderes was sie erzählen und doch schüttelt sich so ein junges mädchen auf ihrem stuhle vor lachen ein staatsrat dagegen erzählt gott weiß was entweder bringt er die rede darauf dass russland ein weitaus gedehntes reich sei oder lässt ein kompliment los das zwar nicht ohne geist erdacht ist aber entsetzlich nach einem buche riecht und wenn er etwas komisches sagt so lacht er darüber unvergleichlich mehr als diejenige die ihm zuhört diese bemerkung machte ich hier damit die leser begreifen warum die blondine während der erzählungen unseres helden zu gähnen anfing unser held merkte dies aber gar nicht als er eine menge von unangenehmen dingen vorbrachte die er schon bei ähnlichen anlässen an verschiedenen orten vorzubringen die gelegenheit gehabt hatte im simbirsker gouvernement bei safron iwanowitsch bespecni bei dem sich damals seine tochter adelaida safronowa mit ihren drei schwägerinnen marja gavrilowna alexandra gavrilowna und adel heide gavrilowna aufhielt bei fjodor fjodorowitsch perekrojev im rezaner gouvernement bei fröl vasiljewitsch pabjedonosnej im pensarschen gouvernement und bei dessen bruder pjotr wasiljewitsch im beisein von dessen schwägerin katerina michailowna und deren kusinen zweiten grades rosa fjodorowna und emilia fjodorowna im vjatska gouvernement bei pjotr varsonowjewitsch im beisein der schwester seiner schwiegertochter pelageya jegorowna deren nichte sofja rastislavowna und deren beiden stiefschwestern sofja alexandrowna und maklatura alexandrowna dieses benehmen tschitschikows missfiel allen damen eine von ihnen ging absichtlich an ihm vorbei um ihm dies zu verstehen zu geben sie streifte sogar die blondine recht ungeniert mit ihrem dick aufgebauschten kleide und richtete es zugleich so ein dass die scherpe die um ihre schulter flatterte die blondine mit einem ende gerade ins gesicht traf gleichzeitig entfuhr einem damenmunde hinter seinem rücken zugleich mit dem feilchen geruch eine recht giftige und boshafte bemerkung diese bemerkung hörte er aber nicht oder tat nur so als ob er sie nicht hörte das war aber nicht gut getan denn man darf die meinung von damen nicht ignorieren dies bereute er auch später doch erst als es schon zu spät war eine in vielen beziehungen gerechte empörung malte sich in vielen zügen tschitschikow mochte ein noch so großes gewicht in der gesellschaft haben und als millionär gelten sein gesicht mochte einen noch so majestätischen und selbst martialischen und kriegerischen ausdruck zeigen aber es gibt dinge die die damen keinem menschen verzeihen wer er auch sei und dann ist alles verloren es gibt fälle wo eine frau so schwach und ohnmächtig ihr charakter im vergleich mit dem eines mannes auch ist plötzlich nicht nur fester als der mann sondern als alles in der welt wird die von tschitschikow beinahe unbeabsichtigte geringschätzung stellte unter den damen sogar die einigkeit wieder her die früher anlässlich des kampfes um den stuhl in seiner nähe beinahe zusammengebrochen war in einigen trockenen ganz gewöhnlichen worten die er ohne jede böse absicht gebraucht hatte erblickte man bissige anspielungen um das unglück voll zu machen verfasste einer der anwesenden jungen leute ein satirisches gedicht auf die ganze tanzgesellschaft ohne dass es bei den bällen in den gouvernementsstädten bekanntlich niemals abgeht dieses gedicht wurde sofort tschitschikow zugeschrieben die empörung wuchs und die damen begannen in den verschiedenen ecken des saales in einem recht ungünstigen sinne über ihn zu sprechen die arme institutsschülerin war aber vollkommen vernichtet und ihr todesurteil war unterschrieben inzwischen blühte unserem helden eine überaus unangenehme überraschung während die blondine gähnte und er ihr allerlei geschichten aus den verschiedensten zeitaltern auftischte und sogar den griechischen philosophen diogenes berührte erschien aus dem nebenzimmer kam er aus dem buffet gelaufen oder aus dem kleinen grünen salon wo ein bedenklicheres spiel als der gewöhnliche whist gespielt wurde kam er freiwillig oder hatte man ihn herausgeworfen jedenfalls erschien er heiter lustig den staatsanwalt am arme haltend den er offenbar schon seit einiger zeit mit sich herumschleppte denn der arme staatsanwalt hob und senkte seine buschigen augenbrauen als suchte er nach einem mittel sich von dieser freundschaftlichen begleitung zu befreien diese war auch in der tat unerträglich nasdrjow der um sich mut zu machen zwei tassen tee natürlich nicht ohne rum getrunken hatte log das blaue vom himmel herunter als tschitschikow ihn von ferne sah entschloß er sich sogar zu einem opfer das heißt er wollte seinen beneidenswerten posten aufgeben und sich so schnell als möglich entfernen diese begegnung verhieß ihm nichts gutes doch zu seinem unglück erschien jetzt auf der bildfläche der gouverneur der seine große freude darüber äußerte dass er pawel iwanowitsch endlich gefunden habe und ihn ersuchte den schiedsrichter in seinem streite mit zwei damen zu machen es handelte sich um die frage ob die weibliche liebe von dauer sei oder nicht nasdrjow hatte ihn aber schon bemerkt und ging direkt auf ihn zu ah der khersoner gutsbesitzer der khersoner gutsbesitzer schrie er näher kommend und so laut lachend daß seine frischen und wie frühjahrsrosen roten backen erzitterten nun hast du viele tote eingekauft sie kennen ihn noch nicht exzellenz schrie er sich an den gouverneur wendend er handelt mit toten seelen bei gott hör einmal tschitschikow du bist ja ich sage es dir in aller freundschaft wir alle sind deine freunde auch seine exzellenz ist dabei ich würde dich aufhängen lassen bei gott ich würde dich aufhängen lassen tschitschikow wusste nicht mehr wo er sich befand sie werden es nicht glauben wollen exzellenz fuhr nasdrjow fort als er mir sagte verkauf mir deine toten seelen platzte ich fast vor lachen wie ich herkomme erzählt man mir dass er für drei millionen rubel bauern gekauft hat um sie auf seinen gütern anzusiedeln was ist das für eine ansiedlung von mir hat er bloß tote kaufen wollen hör einmal tschitschikow du bist ein vieh bei gott ein vieh auch seine exzellenz ist dabei nicht wahr staatsanwalt doch der staatsanwalt tschitschikow und selbst der gouverneur waren so bestürzt daß sie gar nicht wußten was darauf zu sagen nasdrjow schenkte dem keine beachtung und fuhr in seiner nicht ganz nüchternen rede fort hör mal bruder du du ich lasse dich nicht ehe du mir sagst wozu du die toten seelen gekauft hast du solltest dich schämen tschitschikow du weißt doch selbst daß du keinen besseren freund hast als mich auch seine exzellenz ist da nicht wahr staatsanwalt sie werden gar nicht glauben wollen exzellenz wie wir aneinander hängen wenn sie mich so wie ich hier stehe fragen sag auf ihr und gewissen wer ist dir lieber dein leiblicher vater oder tschitschikow so antworte ich tschitschikow bei gott erlaube mir mein herzchen daß ich dir einen kuß gebe gestatten sie exzellenz daß ich ihn abküsse ja tschitschikow wehre dich nicht laß mich dir ein küsschen auf deine schneeweiße wange drücken nasdrjow wurde aber mit seinem küsschen so heftig zurückgestoßen daß er beinahe hinfiel alle menschen wandten ihm den rücken und hörten ihm nicht mehr zu aber seine worte vom kaufe der toten seelen waren doch so laut ausgesprochen und von einem so lauten gelächter begleitet worden dass sie selbst die aufmerksamkeit derjenigen auf sich lenkten die in den entferntesten ecken des saales standen diese neuigkeit kam allen so seltsam vor daß alle mit einem hölzernen dumm fragenden ausdruck gleichsam erstarrten tschitschikow merkte wie einige damen blicke wechselten und dabei giftig und boshaft lächelten im ausdrucke einiger gesichter glaubte er etwas zweideutiges zu lesen was seine verwirrung nur noch vergrößerte dass nasdrjow ein abgefeimter lügner war das wussten alle und kein mensch wunderte sich wenn er von ihm irgendeinen haarsträubenden unsinn zu hören bekam doch der sterbliche es ist in der tat schwer zu begreifen wie so ein sterblicher beschaffen ist wie albern eine neuigkeit auch sei er wird sie unbedingt wenn es nur eine neuigkeit ist einem anderen sterblichen mitteilen und wenn auch nur um zu sagen schauen sie nur was man für lügen verbreitet der andere sterbliche leit ihm aber mit vergnügen sein ohr und wenn er auch hinterher erklärt es ist ja eine ganz alberne lüge die nicht die geringste beachtung verdient und gleich darauf macht er sich auf die suche nach einem dritten sterblichen um die lüge diesem zu erzählen und dann gleich mit ihm zusammen in edler entrüstung auszurufen welch eine gemeine lüge so macht die neuigkeit die runde durch die ganze stadt und alle sterblichen soviel ihrer da sind reden sich satt und erklären hinterher die ganze sache verdiene keine beachtung und sei es nicht wert daß man über sie spreche dieser anscheinend belanglose vorfall verdarb unserem helden sichtlich die laune so dumm auch die reden eines narren sein mögen genügen sie zuweilen doch um auch einen klugen verlegen zu machen er fühlt sich auf einmal unbehaglich und ungemütlich als wäre er mit einem schön geputzten stiefel in eine schmutzige stinkende pfütze getreten mit einem wort er fühlte sich gar nicht wohl er versuchte nicht mehr daran zu denken er bemühte sich sich zu zerstreuen er setzte sich an den whistisch aber alles ging schief wie ein krummes rad zweimal spielte er eine fremde farbe aus dann vergaß er dass eine karte nur einmal geschlagen werden darf holte mit der hand aus und schlug dummerweise seine eigene karte der kammervorsitzende konnte unmöglich begreifen wie pawel iwanowitsch der das spiel so gut und man kann wohl sagen fein verstand derartige fehler machen und sogar seinen eigenen piekkönig auf den er wie er sich selbst ausdrückte so fest wie auf den lieben gott gebaut hatte in den tod schicken konnte der postmeister der kammerpräsident und sogar der polizeimeister machten sich über unseren helden ein wenig lustig er sei sicher verliebt sein herz sei bekanntlich verwundet und alle wüßten von wem es verwundet sei dies alles vermochte ihn jedoch nicht zu trösten so sehr er sich auch bemühte zu lächeln und die witze mit witzen zu parieren auch beim abendessen konnte er nicht mehr in die richtige stimmung kommen obwohl die gesellschaft bei tisch sehr angenehm war und man nosdröf schon längst hinausgeschmissen hatte weil schließlich auch die damen meinten daß sein benehmen gar zu skandalös geworden sei mitten im cotillon hatte er sich nämlich auf den fußboden gesetzt und angefangen die tanzenden bei den kleidern und frackschößen zu packen was nach dem ausdruck der damen schon ganz unmöglich war das abendessen war sehr lustig alle gesichter die zwischen den dreiarmigen leuchtern den blumen dem konfekt und den flaschen sichtbar waren strahlten vor ungezwungener zufriedenheit die offiziere die damen und die frackträger alle waren auf einmal von einer liebenswürdigkeit erfüllt die schon beinahe zu süß war die herren sprangen von ihren stühlen auf und entrissen den dienern die platten um sie mit ungewöhnlicher geschicklichkeit den damen zu reichen ein oberst präsentierte einer dame einen teller mit soße auf dem ende seines bloßen degens die herren reiferen alters unter denen auch tschitschikow saß debattierten laut und nahmen zu jedem vernünftigen wort ein stück fisch oder fleisch das sie zuvor dick mit senf bestrichen sie debattierten über gegenstände für die sich tschitschikow sonst immer interessiert hatte jetzt war er aber wie ein mensch der von einer langen reise ermüdet und zerschlagen ist der keine kraft mehr hat etwas zu verstehen oder in etwas einzudringen er wartete nicht einmal das ende der abendtafel ab und fuhr viel früher nach hause als er es sonst zu tun pflegte im gasthofe im zimmer das dem leser so gut bekannt ist mit der kommode vor der türe und den ab und zu aus den ecken hervorguckenden kakerlaken war die verfassung seiner gedanken und seines geistes ebenso unbehaglich wie der sessel in dem er saß es war ihm so unangenehm und wirr zumute irgendeine lästige leere war in seinem herzen zurückgeblieben hol doch der teufel alle die diese bälle erfunden haben sprach er in seiner wut was freuen sich diese narren im gouvernement ist eine missernte und eine teuerung und sie denken nur an die bälle diese freude putzen sich in weiberlumpen ein kunststück das manche für mehr als tausend rubel solcher lumpen am leibe hat das geht doch auf die kosten der abgaben die die bauern zahlen oder was noch ärger ist auf kosten unseres eigenen gewissens alle wissen warum unsereins sich bestechen läßt oder sonstwie sündigt alles nur um der frau einen teuren schal oder eine robe zu kaufen weiß der teufel wie alle diese dinge heißen und wozu das alles damit irgendeine hure sidorowna nicht sage die postmeisterin habe ein besseres kleid angehabt und dieser spaß kostet tausend rubel sie schreien ein ball ein ball wie lustig so ein ball ist einfach eine schweinerei er ist ganz gegen den russischen geist gegen die russische natur holt der teufel ein erwachsener mündiger mann springt plötzlich ganz in schwarz glatt wie ein gerupfter teufel heraus und wirft die beine hin und her ein anderer steht neben seiner dame unterhält sich dabei mit einem anderen herrn über eine wichtige sache und beschreibt zur gleichen zeit mit den beinen wie ein junger bock allerlei figuren nach rechts und nach links das kommt alles von der nachäfferei weil der franzose mit vierzig jahren noch dasselbe kind ist wie er es mit fünfzehn gewesen so müssen wir auch so sein nein wirklich nach jedem ball fühle ich mich so als ob ich irgendeine sünde begangen hätte ich möchte sogar später nicht mehr daran denken im kopfe ist es so leer wie nach dem gespräch mit einem salon menschen von allen möglichen dingen redet er alles berührt er sagt alles was er aus allerlei büchern zusammen gelesen hat es ist bunt und schön doch im kopfe bleibt nichts zurück später sieht man ein daß sogar ein gespräch mit einem einfachen kaufmann der nur sein geschäft kennt es aber gut und sicher kennt mehr wert ist als dieses ganze geplapper was kann man nur an einem solchen balle gewinnen wenn es zum beispiel irgendeinem schriftsteller einfiele diese szene so zu beschreiben wie sie in wirklichkeit war dann würde sie auch im buche ebenso sinnlos erscheinen wie in der wirklichkeit man würde sich fragen ist es eine sittliche oder eine unsittliche sache der teufel soll sich da auskennen man spuckt aus und klappt das buch zu so ungünstig äußerte sich tschitschikow über die bälle im allgemeinen er wird wohl aber auch einen anderen grund für seine entrüstung gehabt haben er ärgerte sich weniger über den ball als über seine blamage daß er plötzlich vor allen leuten als gott weiß was dastand und eine seltsame zweideutige rolle gespielt hatte natürlich wenn er alles mit dem auge eines vernünftigen menschen erblickte sah er daß alles nicht der rede wert sei daß ein dummes wort keine bedeutung habe besonders jetzt wo die hauptsache schon so wie es sich gehört erledigt war so merkwürdig ist einmal der mensch ihn kränkte die mangelnde sympathie derselben geschöpfe die er missachtete über die er sich so scharf geäußert und über deren eitelkeit und putzsucht er geschimpft hatte dies ärgerte ihn umso mehr als er selbst den grund dazu gegeben hatte sich selbst zürnte er jedoch nicht und hatte darin natürlich recht wir alle haben die kleine schwäche uns ein wenig zu schonen und bemühen uns einen von unseren nächsten auszusuchen und an ihm unseren ärger auszulassen zum beispiel an einem diener an einem uns untergebenen beamten der uns gerade in den weg kommt an unserer frau oder schließlich am stuhl den wir weiß der teufel wohin an die türe schleudern so dass die arm und rückenlehne abspringt soll er nur wissen was unser zorn bedeutet so fand auch tschitschikow bald einen nächsten der auf seinen buckel alles nehmen musste was ihm sein ärger eingab dieser nächste war nasdrow und man muss wohl sagen dass er ihn von allen seiten so kräftig beschimpfte wie nur irgendein betrügerischer dorfschulze oder ein postkutscher von einem erfahrenen vielgereisten hauptmann zuweilen auch von einem general beschimpft wird der zu der menge von ausdrücken die schon zu klassischen geworden sind auch eine menge von noch unbekannten hinzufügt die er selbst erfunden hat der ganze stammbaum nasdrowows wurde durchgenommen und viele mitglieder seiner familie in aufsteigender linie kamen dabei zu schaden während er aber von seinen gedanken und von der schlaflosigkeit geplagt in seinem harten sessel saß und nasdrowowsamt seiner gesamten verwandtschaft aufs eifrigste durchnahm während vor ihm ein talglicht brannte dessen doch schon längst von einer schwarzen rußkappe bedeckt war und das jeden augenblick zu verlöschen drohte während zu ihm ins fenster die blinde dunkle nacht hereinblickte bereit in blaue morgendämmerung überzugehen und in der ferne mehrere hähne kräten während vielleicht irgendein unglücklicher von unbekanntem namen und rang in einem friesmantel durch die schlafende stadt schlich ein mensch der leider nur den einen vom liederlichen russischen volk ausgetretenen weg kennt um diese selbe zeit spielte sich am anderen ende der stadt ein ereignis ab dem es beschieden war die unangenehme lage unseres helden noch unangenehmer zu machen durch die entlegenen straßen und gassen der stadt rasselte nämlich ein höchst seltsames fuhrwerk für welches es recht schwer wäre einen namen zu finden es glich weder einem reisewagen noch einer kutsche noch einer equipage sondern eher einer dickbackigen wassermelone die man auf räder gesetzt hatte die backen dieser melone das heißt die wagentüren die noch spuren einer gelben bemalung zeigten schlossen sehr schlecht infolge des schlechten zustandes der klinken und der schlösser die nur notdürftig mit stricken zusammengebunden waren die wassermelone war angefüllt mit kattunkissen in form von tabaksbeuteln von rollen und auch von gewöhnlichen kissen mit säcken voll brot semmeln brezeln und kringeln aus hefenteig eine pastete mit hühnerfüllsel und eine mit gurkenfüllsel guckten sogar heraus auf dem hinteren trittbrett befand sich eine person des lakaienstandes in einer joppe aus haus gewebtem buntem leinen mit unrasiertem leicht ergrautem kinn eine person die man bursch zu nennen pflegt der lärm und das gerassel der eisernen beschläge und verrosteten schrauben weckten am anderen ende der stadt einen nachtwächter der seine helle barde hob und schlaftrunken aus vollem halse wer da schrie als er jedoch merkte dass niemand kam und nur das gerassel zu hören war fing er ein tier das auf seinem kragen saß ging auf die laterne zu und richtete es eigenhändig mittels seines fingernagels hin worauf er die helle barde wieder wegstellte und nach den satzungen seines rittertums von neuem einschlief den pferden knickten immer wieder die vorderbeine ein weil sie nicht beschlagen waren und das bequeme stadtpflaster offenbar noch nicht kannten die fuhre machte noch einige wendungen bog schließlich an der kleinen st nikolauspfarrkirche vorbei in eine dunkle gasse ein und hielt vor dem tore des hauses der protopopenfrau aus dem wagen sprang ein mädel in einem wams und kopftuch und hieb mit beiden fäusten so stark gegen das tor wie es auch ein mann nicht besser machen könnte der bursche in der bunten jacke wurde erst später an den beinen heruntergezogen denn er schlief wie eine leiche die hunde fingen zu bellen an das tor ging auf und verschlang schließlich nicht ohne mühe dieses plumpe erzeugnis eines wagenbauers die ekipage kam in einen engen hof der fast ganz von aufgestapeltem holz hühnerstellen und allerlei anbauten eingenommen war der ekipage entstieg die gnädige diese gnädige war die gutsbesitzerin und kollegiensekretärin die alte war bald nach der abreise unseres helden in solche unruhe wegen eines möglichen betruges geraten daß sie nach drei schlaflosen nächten den entschluß faßte nach der stadt zu fahren obwohl ihre pferde nicht beschlagen waren um dort etwas sicheres darüber zu erfahren welche preise für tote seelen gezahlt werden und ob sie nicht gott behüte eine große dummheit begangen und die seelen viel zu billig verkauft habe welche folgen ihre ankunft hatte kann der leser aus einem gespräch erfahren das zwischen zwei gewissen damen stattfand dieses gespräch es soll aber lieber erst im nächsten kapitel stattfinden ende von abschnitt 16 gelesen von eva k abschnitt 17 von die toten seelen von nikolai wassiljewitsch gogol diese librivox aufnahme ist in der public domain erster teil neuntes kapitel 1 zur frühen morgenstunde noch vor der zeit die in der stadt n für visiten bestimmt ist flatterte aus der türe eines orange gelben hölzernen hauses mit einem mezzanin und blauen säulen eine dame in einem eleganten karierten überwurf begleitet von einem lakai in einem mantel mit mehreren kragen und goldenen tressen auf dem glänzenden hut die dame flatterte sofort mit ungewöhnlicher eile die herabgelassene stufe der vor dem hause wartenden ekipage hinauf der lakai schlug die wagentür hinter ihr zu warf das trittbrett hinauf klammerte sich an den riemen hinten fest und rief dem kutscher zu vorwärts die dame hatte eine neuigkeit die sie soeben gehört hatte bei sich und fühlte einen unüberwindlichen drang sie so schnell als möglich jemand anderem mitzuteilen jeden moment blickte sie aus dem wagenfenster hinaus und stellte zu ihrem unsagbaren ärger fest daß noch immer die hälfte des weges übrig blieb jedes haus schien ihr heute länger als sonst das weiße steinerne spital mit den schmalen fenstern zog sich unerträglich in die länge so daß sie es schließlich nicht mehr aushielt und rief der verfluchte bau er will gar kein ende nehmen der kutscher hatte schon zweimal den befehl bekommen schneller schneller andryuschka du fährst heute unerträglich langsam endlich war das ziel erreicht die ekipage hielt vor einem gleichfalls hölzernen zweistöckigen haus von dunkelgrauer farbe mit kleinen weißen baßreliefs über den fenstern mit einem hohen hölzernen gitter dicht vor den fenstern und einem schmalen vorgärtchen hinter dessen gitter die schmächtigen bäumchen ganz weiß von dem sie immer bedeckenden straßenstaub waren in den fenstern erblickte man blumentöpfe einen papagei der sich in seinem käfig schaukelte in dem er sich mit dem schnabel am ring festhielt und zwei hündchen die in der sonne schliefen in diesem hause wohnte eine intime freundin der dame die soeben angekommen der autor ist in verlegenheit wie er die beiden damen so nennen soll dass keine von ihnen ihm zürne wie man es einst zu tun pflegte einen familiennamen erfinden wäre gefährlich welchen namen man auch erfinden mag immer wird sich in irgendeinem winkel unseres landes das ja groß genug ist jemand finden der diesen namen trägt dieser könnte dem autor ernsthaft böse werden und sagen dass er absichtlich im geheimen hingereist sei um alles auszuspionieren und zu erfahren was für ein mensch er sei was für einen pelz ertrage was für eine aggrafiona ivanovna er zu besuchen pflege und was er gern esse wolle man die menschen aber mit ihrem rang bezeichnen so könnte es gott behüte noch gefährlicher werden alle stände und rangklassen sind bei uns jetzt dermaßen gereizt dass ihnen alles was sie in einem gedruckten buche finden als eine persönliche anspielung erscheint diese stimmung hängt einmal in der luft wenn man bloß sagt dass in einer gewissen stadt ein dummer mensch wohnt so wird das gleich als eine persönliche beleidigung aufgefaßt sofort tritt ein herr von ehrwürdigem äußeren vor und ruft auch ich bin ein mensch folglich bin auch ich dumm mit einem worte er errät sofort den zusammenhang darum wollen wir die dame die eben den besuch empfing so nennen wie sie fast einstimmig in der stadt n genannt wurde die in allen beziehungen angenehme dame diesen namen hatte sie auf eine rechtmäßige weise erworben denn sie hatte kein mittel gespart um als im höchsten grade liebenswürdig zu erscheinen obwohl durch diese liebenswürdigkeit zuweilen eine unheimliche gewandtheit des weiblichen charakters hindurch schimmerte in manchem ihrer angenehmen worte steckte ein höchst gefährlicher stachel und was erst in ihrem herzen kochte gegen jede die sich auf irgendeine weise oder durch irgendein mittel den ersten platz zu erkämpfen suchte davor möchte gott einen jeden behüten dies alles war aber in den feinsten anstand gehüllt den man in einer gouvernementsstadt überhaupt treffen kann jede ihrer bewegungen war mit feinem geschmack berechnet sie liebte sogar verse sie hielt sogar zuweilen ihren kopf träumerisch gesenkt und alle waren sich darin einig dass sie wirklich eine in allen beziehungen angenehme dame sei die andere dame das heißt die die soeben gekommen war hatte keinen so vielseitigen charakter und darum wollen wir sie die einfach angenehme dame nennen der besuch weckte die beiden hündchen die in der sonne schliefen die zottige adele die sich fortwährend in ihren eigenen langen haaren verfing und den rüden potpourri mit den dünnen beinchen beide hunde trugen bellend ihre geringelten schwänze ins vorzimmer wo der besuch seinen umhang ablegte und plötzlich in einem kleid von moderner farbe und muster mit langen schwänzen am halse dastand durchs zimmer zog ein duft von jasmin sobald die in allen beziehungen angenehme dame von der ankunft der einfach angenehmen dame erfahren hatte lief sie sofort ins vorzimmer hinaus die beiden damen griffen sich bei den händen küßten sich und schrien auf wie die institutsschülerinnen aufzuschreien pflegen wenn sie sich bald nach der entlassung aus der anstalt begegnen und ihre mütter ihnen noch nicht erklärt haben dass der vater der einen ärmer sei und im range tiefer stehe als der vater der anderen der kuss schallte so laut dass die beiden hündchen wieder zu bellen anfingen wofür sie einen klaps mit dem taschentuch bekamen und die beiden damen begaben sich in den salon der selbstverständlich blau war und ein sofa einen ovalen tisch und sogar eine efeu umwundene spanische wand enthielt ihnen folgten knurrend die zottige adele und der schlanke potpourri auf seinen dünnen beinchen hierher hierher in diese ecke sagte die hausfrau den besuch in eine ecke des sofas nötigend ja so ja so da haben sie auch ein kissen mit diesen worten stopfte sie ihr hinter den rücken ein kissen auf dem mit bunter wolle ein ritter gestickt war und zwar so wie man solche ritter immer auf kanevas zu sticken pflegt die nase bildete eine treppe und der mund ein viereck wie freue ich mich daß sie ich höre eben jemand vorfahren und frage mich wer mich wohl so früh besuchen könnte parasha sagt es ist die vizegouverneurin und ich sage da ist wieder die dumme ganz gekommen um mich zu langweilen ich wollte schon sagen lassen ich sei nicht zu hause die eben angekommene dame wollte zur sache schreiten und ihre neuigkeit mitteilen aber ein ausruf den die in allen beziehungen angenehme dame in diesem augenblick von sich gab lenkte das gespräch in eine andere richtung ach was für ein lustiger cartoon rief die in allen beziehungen angenehme dame das kleid der einfach angenehmen dame betrachtend ja er ist sehr lustig praskowja fjodorowna findet aber dass es schöner wäre wenn die karos etwas kleiner und die punkte nicht braun sondern blau wären meiner schwester schickte ich neulich einen stoff das ist etwas so entzückendes dass man es mit worten gar nichts sagen kann denken sie sich nur schmale ganz schmale streifchen so schmal wie sich die menschliche fantasie nur ausmalen kann der grund ist blau und zwischen je zwei streifchen sind immer äuglein und pfötchen äuglein und pfötchen mit einem worte unvergleichlich man darf entschieden behaupten daß es auf der welt noch nichts ähnliches gegeben hat liebste das ist doch zu bunt ach nein es ist gar nicht bunt ach es ist zu bunt es ist zu erwähnen dass die in allen beziehungen angenehme dame in gewisser beziehung materialistin und zur negation und zu zweifeln geneigt war und vieles im leben verneinte die einfach angenehme dame erklärte ihr aber dass es durchaus nicht zu bunt sei und rief ach ja ich gratuliere ihnen man trägt keine falbeln mehr wieso trägt man keine mehr statt ihrer trägt man nur noch kleine festons ach das kann nicht schön sein lauter festons überall festons die pelerine aus festons an den ärmeln festons epaulettes aus festons unten festons überall festons das kann nicht schön sein sophia iwanowna wenn überall festons sind es ist entzückend anna grigorievna gar nicht zu sagen wie entzückend das ist sie werden mit zwei säumchen genäht und haben oben einen breiten hohlsaum aber jetzt kommt etwas worüber sie sich noch mehr wundern werden sie werden sagen dass es also staunen sie denken sie sich nur die taillen werden jetzt noch länger getragen vorn haben sie einen vorsprung und das vordere fischbein ragt ganz aus dem rahmen hinaus der rock wird rundherum gerafft wie man es bei den alten reifröcken hatte hinten wird er sogar ein wenig wattiert so daß es ganz bellfern wirkt nun da muss ich gestehen sagte die in allen beziehungen angenehme dame den kopf mit großer würde schüttelnd ja sie haben ganz richtig bemerkt da muss ich gestehen entgegnete die einfach angenehme dame sie können sagen was sie wollen diese mode mache ich nicht mit auch ich nicht nein wirklich wenn man bloß bedenkt was die mode sich nicht alles erlaubt das ist schon wirklich zu viel ich habe sogar meine schwester um ein schnittmuster gebeten nur zum scherz meine malania ist schon beim nähen sie haben also ein schnittmuster rief die in allen beziehungen angenehme dame nicht ohne eine sichtliche innere bewegung gewiß meine schwester hat es mir mitgebracht liebste geben sie es mir um gottes willen ach ich habe es schon praskowja iwanowna versprochen höchstens nach ihr wer wird es denn nach praskowja iwanowna tragen wollen das wäre sehr merkwürdig von ihnen wenn sie eine fremde ihrer freundin vorzögen sie ist doch meine tante zweiten grades ach was ist sie für eine tante doch nur seitens ihres mannes nein sofja iwanowna davon will ich gar nichts hören es sieht so aus als wollten sie mich beleidigen offenbar sind sie meiner überdrüssig offenbar wollen sie die bekanntschaft mit mir abbrechen die arme sofja iwanowna wußte gar nicht was anzufangen sie fühlte selbst daß sie zwischen zwei mächtige feuer geraten war das kommt davon wenn man prahlen will sie wäre bereit sich zur strafe dafür ihre dumme zunge mit nadeln zu zerstechen nun was hört man von unserem herzensbrecher fragte indessen die in allen beziehungen angenehme dame ach mein gott wie kann ich bloß so da sitzen das ist wirklich schön wissen sie anna grigorjewna was ich ihnen für eine neuigkeit bringe der atem der angenehmen dame stockte die worte waren im begriff wie die habichte einander nachzujagen und nur solch ein unmensch wie es ihre intime freundin war konnte es übers herz bringen sie hier zu unterbrechen sie können ihn noch so loben und preisen sagte sie viel lebhafter als sie sonst zu sprechen pflegte ich werde ihnen aber ganz offen sagen ich werde es auch ihm ins gesicht sagen dass er ein nichtswürdiger mensch ist ein nichtswürdiger ein ganz nichtswürdiger mensch hören sie doch nur was ich ihnen erzählen will man hat die ansicht verbreitet dass er ein hübscher mann sei er ist aber gar nicht hübsch und auch seine nase auch seine nase ist höchst unangenehm lassen sie mich ihnen erzählen liebste liebste anna grigorjewna lassen sie mich erzählen das ist doch eine ganze geschichte verstehen sie eine geschichte sagte die angenehme dame mit verzweifeltem ausdruck und flehender stimme es schadet nicht zu bemerken daß das gespräch der beiden damen sehr viele fremdsprachige worte und sogar ganze französische sätze enthielt aber so sehr auch der autor den heilsamen nutzen anerkennt den die französische sprache unserer heimat bringt so groß auch seine ehrfurcht vor der lobenswerten gewohnheit unserer höheren klassen ist diese sprache zu allen stunden des tages natürlich nur aus tiefster liebe für ihr vaterland zu gebrauchen trotzdem kann er sich unmöglich entschließen in dieses russische poem einen satz aus irgendeiner fremden sprache aufzunehmen darum fahren wir auf russisch fort was ist das für eine geschichte ach liebste anna grigorjewna wenn sie sich doch nur die lage vorstellen könnten in der ich mich befand denken sie nur da kommt zu mir heute die protopopenfrau die frau des per kirill und was denken sie unser stiller sanfter gast was der bloß angestellt hat wie hatte denn auch der protopopenfrau den hof gemacht ach anna grigorjewna wenn er ihr bloß den hof gemacht hätte das wäre noch nicht so schlimm hören sie nur was mir die protopopenfrau erzählte es kam zu ihr die gutsbesitzerin karobotschka ganz außer sich vor schreck und bleich wie der tod und erzählte ihr gott was sie ihr erzählte hören sie nur es ist ein ganzer roman plötzlich zur mitternachtsstunde als alles im hause schläft ertönt vor dem tore ein lärm so schrecklich wie man ihn sich gar nicht vorstellen kann und eine stimme schreit macht auf macht auf sonst wird das tor eingeschlagen wie gefällt ihnen das ist das nicht ein reizender mensch wie ist denn diese karobotschka ist sie hübsch und jung keine spur ein altes weib das ist ja entzückend so hat er sich an die alte herangemacht einen guten geschmack haben unsere damen die sich in ihn verliebten aber nein anna grigorjewna es ist etwas ganz anderes als sie glauben denken sie sich nur er erscheint vom kopf bis zu den füßen bewaffnet wie ein rinaldo rinaldini und verlangt verkaufen sie mir alle seelen die gestorben sind die karobotschka antwortet ihm ganz vernünftig ich kann sie nicht verkaufen denn sie sind tot nein sagt er sie sind nicht tot es ist meine sache sagt er zu wissen ob sie tot sind oder nicht sie sind nicht tot sie sind nicht tot schreit er sie sind nicht tot mit einem worte er macht einen furchtbaren skandal das ganze dorf läuft zusammen die kinder weinen alle schreien keiner versteht den anderen kurz horreur 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 aber sie können sich gar nicht vorstellen wie ich mich aufregte als ich das alles hörte liebste gnädige sagt mir maschka schauen sie doch nur den spiegel wie blass sie sind ach was spiegel sage ich ihr ich muss sofort zu anna grigorjewna fahren und es ihr erzählen sofort befehle ich den wagen anzuspannen der kutscher andruschka fragt mich wohin er fahren soll aber ich kann kein wort hervorbringen ich schaue ihm nur ganz blöde in die augen ich glaube er dachte sich ich sei verrückt geworden ach anna grigorjewna wenn sie sich nur vorstellen könnten wie erschrocken ich war es ist doch wirklich merkwürdig sagte die in allen beziehungen angenehme dame was hat es wohl mit diesen toten seelen für eine bewandtnis ich gestehe daß ich gar nichts begreife schon zum zweiten mal höre ich von diesen toten seelen und mein mann sagt daß nasdrjow einfach lügt etwas wird aber schon wahr sein versetzen sie sich nur in meine lage anna grigorjewna wie es mir zumute war als ich dieses hörte nun weiß ich nicht sagt die karobotschka was ich tun soll er zwang mich sagt sie irgendein gefälschtes papier zu unterschreiben und warf mir 15 rubel in banknoten hin ich bin sagt sie eine unerfahrene hilflose witwe ich weiß nichts ja das sind sachen wenn sie sich nur vorstellen könnten wie mich das alles aufgeregt hat sie können sich denken was sie wollen es handelt sich aber sicher nicht um die toten seelen es muss etwas anderes dahinter stecken auch ich muss gestehen sagte nicht ohne erstaunen die einfach angenehme dame und fühlte sofort die heftigste begierde zu hören was wohl dahinter stecken möge sie fragte sogar gedehnt was glauben sie steckt wohl dahinter nun was denken sie was ich mir denke ich muß gestehen ich bin ganz ratlos ich möchte doch gerne wissen was sie sich wohl darüber für gedanken machen doch die angenehme dame wußte nichts zu sagen sie hatte nur die fähigkeit sich aufzuregen doch irgendeine kluge kombination aufzustellen brachte sie nicht fertig und darum hatte sie mehr als jede andere das bedürfnis nach zärtlicher freundschaft und ratschlägen also hören sie ich will ihnen sagen was hinter diesen toten seelen steckt sagte die in allen beziehungen angenehme dame und die einfach angenehme dame wurde bei diesen worten ganz ohr ihre niedlichen ohren spitzten sich ganz von selbst sie richtete sich auf so dass sie fast nicht mehr auf dem sofa saß obwohl sie recht korpulent war wurde sie plötzlich leicht und dünn wie ein federflaum der beim leisesten lufthauch in die höhe steigt so wird ein russischer gutsbesitzer der auf hunde und auf die jagd versessen ist wenn er sich dem walde nähert aus dem jeden augenblick der von den treibern aufgescheuchte hase herausspringen kann mit seinem pferd und mit der zum schlage erhobenen peitsche zu einem erstarrten augenblick zu schießpulver das nur auf einen funken wartet seine augen bohren sich in die trübe luft er wird schon das tier einholen er wird ihm schon den garaus machen und wenn auch die ganze schneeverwehte steppe sich gegen ihn erhebt und seinen mund seinen schnurrbart seine augen und brauen und seine bibermütze mit silbernen sternen überschüttet die toten seelen sagte die in allen beziehungen angenehme dame was was fiel ihr die freundin ganz außer sich ins wort die toten seelen ach sagen sie es doch um gottes willen die toten seelen sind nur ein vorwand die sache ist aber folgende er will die gouverneurstochter entführen diese schlussfolgerung war in der tat höchst unerwartet und in jeder beziehung ungewöhnlich als die angenehme dame das hörte erstarrte sie zu stein erbleichte erbleichte wieder tot und bekam ernsthaft angst ach mein gott rief sie die hände zusammenschlagend das hätte ich wirklich niemals erwartet ich muss aber sagen dass ich gleich als sie den mund aufmachten schon ahnte worum es sich handelt entgegnete die in allen beziehungen angenehme dame was für einen wert hat nach alldem die institutserziehung anna gregorjevna was soll man von dieser unschuld halten eine nette unschuld ich hörte sie solche sachen sagen die ich gar nicht nachzusprechen wage wissen sie anna gregorjevna da bricht einem das herz entzwei wenn man sieht was für fortschritte die unsittlichkeit macht und die männer sind alle in sie vernarrt ich muss aber gestehen dass ich an ihr nichts finden kann sie ist ganz unerträglich affektiert ach liebste anna gregorjevna sie ist wie eine statue ohne den geringsten ausdruck im gesicht so affektiert so furchtbar affektiert mein gott wie affektiert wer sie das gelehrt hat weiß ich nicht aber ich habe noch nie ein weibliches wesen gesehen das so furchtbar affektiert wäre herzchen sie ist eine statue und bleich wie der tod ach sofja ivanovna sagen sie das nicht sie schminkt sich ja dass es eine wahre schande ist was sagen sie nur anna gregorjevna sie ist ein stück kreide kreide die reinste kreide liebste als ich neben ihr saß sah ich es die schminke ist fingerdick aufgetragen und bröckelt ab wie mörtel von der wand die mutter hat sie es gelehrt die mutter ist eine kokette doch die tochter wird die mutter noch überflügeln aber erlauben sie sie können mir selbst seinen beliebigen eid auferlegen ich bin bereit sofort meine kinder meinen mann mein ganzes hab und gut hinzugeben wenn an ihr auch nur ein bißchen auch nur eine spur auch nur ein schatten von lebenswarmer farbe ist ach wie können sie das nur sagen sofja ivanovna rief die in allen beziehungen angenehme dame und schlug die hände zusammen es darf dem leser nicht wunderlich erscheinen dass beide damen verschiedene ansicht darüber waren was sie zur gleichen zeit gesehen hatten es gibt in der welt tatsächlich viele solche dinge die diese eigenschaft haben der einen dame erscheinen sie vollkommen weiß einer anderen dagegen so rot wie preiselbeeren hier haben sie noch einen beweis dafür dass sie blass ist fuhr die angenehme dame fort ich erinnere mich als ob es heute geschehen wäre wie ich neben manilow saß und zu ihm sagte schauen sie nur wie blass sie ist nein wirklich man muss schon so dumm sein wie es unsere männer sind um sie bezaubernd zu finden und unser herzensbrecher wie ekelhaft kam er mir vor sie können sich gar nicht vorstellen wie ekelhaft er mir vorkam anna grigorjewna ja und doch fanden sich gewisse damen die sie für ihn begeisterten meinen sie etwa mich anna grigorjewna das dürfen sie niemals sagen niemals niemals ich spreche doch gar nicht von ihnen als ob es außer ihnen keine anderen damen gäbe niemals niemals anna grigorjewna erlauben sie mir die bemerkung daß ich mich sehr gut kenne vielleicht meinen sie gewisse andere damen die die rolle von unnahbaren spielen sie müssen schon entschuldigen sophia ivanovna erlauben sie mir ihnen zu sagen daß ich mir noch nie etwas so skandalöses zu schulden kommen ließ vielleicht trifft das auf jemand anderen zu doch nie auf mich warum fühlen sie sich getroffen es waren ja auch noch andere damen da die sich des stuhles an der türe bemächtigen wollten um möglichst nahe bei ihm zu sitzen nach diesen worten der angenehmen dame hätte eigentlich unbedingt ein sturm losbrechen müssen doch zu unserem größten erstaunen wurden die beiden damen plötzlich still und es erfolgte nichts die in allen beziehungen angenehme dame erinnerte sich dass das schnittmuster zu dem modernen kleide sich noch nicht in ihren händen befand und der einfach angenehmen dame fiel es ein dass sie noch gar keine einzelheiten über die von ihrer intimen freundin gemachte entdeckung erfahren hatte darum wurde der frieden sehr schnell geschlossen man kann übrigens nicht sagen dass die beiden damen in ihrer natur das bedürfnis hätten einander unannehmlichkeiten zu bereiten in ihren charakteren war überhaupt nichts boshaftes allerdings wenn sie miteinander sprachen regte sich in ihnen zuweilen ohne daß sie es merkten ganz von selbst der wunsch einander einen kleinen stich zu versetzen es bereitete ihnen einfach eine kleine freude einander bei gelegenheit ein giftiges wort zu sagen da hast du es nimm und friss es die herzen des männlichen wie des weiblichen geschlechts haben nämlich zuweilen verschiedene bedürfnisse ich kann nur das eine nicht verstehen sagte die einfach angenehme dame wie konnte sich tschitschikow der hier doch nur auf der durchreise ist zu so einem kühnen streich entschließen es kann nicht sein dass er keine helfershelfer hätte glauben sie vielleicht dass er keine hat wer glauben sie könnte es sein nun zum beispiel nasdröf was nasdröf warum denn nicht das sähe ihm doch ähnlich sie wissen ja er wollte seinen leiblichen vater verkaufen oder genauer gesagt auf eine karte setzen und verlieren ach mein gott was für interessante neuigkeiten ich von ihnen höre ich hätte mir niemals gedacht daß auch nasdröf in diese geschichte verwickelt sei ich habe es mir aber immer gedacht wenn man bloß bedenkt was in der welt alles geschieht wer hätte es damals ahnen können als tschitschikow sie erinnern sich doch noch in unsere stadt kam daß er einen so seltsamen marsch durch die welt antreten würde ach anna grigorjewna wenn sie wüssten wie ich mich aufregte wenn nicht ihre zuneigung und ihre freundschaft ich wäre wirklich am rande eines abgrundes was hätte ich anfangen sollen meine maschka sieht daß ich bleich bin wieder tot liebe gnädige sagt sie zu mir sie sind bleich wieder tot maschka sage ich ihr was kümmert mich das jetzt so ein fall also ist auch nasdröf in die sache verwickelt eine schöne geschichte die angenehme dame wollte gern die weiteren einzelheiten über die entführung erfragen das heißt zu welcher stunde diese stattfinden sollte und so weiter aber ihr wunsch war unbescheiden die in allen beziehungen angenehme dame sagte einfach sie wisse nichts näheres sie konnte nicht lügen etwas kombinieren das ist eine andere sache und auch das konnte sie nur wenn die kombination sich auf eine tiefe innere überzeugung gründete wenn sie diese innere überzeugung wirklich hatte so verstand sie auch für sie einzutreten da hätte nur der geschickteste advokat berühmt durch seine kunst fremde ansichten zu widerlegen versuchen sollen ihr zu opponieren er würde sehen was tiefe innere überzeugung heißt ende von abschnitt 17 gelesen von eva k